Dieses Gesicht, wenn man nur dieses Gesicht kämmen könnte. Ein schönes Heißes Park. Ein kleiner Besuch bei Brigittas Enteninstallation. Und jetzt noch ein Besuch bei Thomas Überwachungsinstallation. Und jetzt einkaufen. Man muss ja schließlich von was leben. Ein reich gedeckter Mittagstisch bei meinem lieben Freund Bogdan. Und nach dem Essen einen kleinen Kaffee mit meinem Freund Bogdan. Und meine Zigarren kaufe ich beim Zigarrenweinig. Und jetzt ein kleiner Abstecher in meinen Stammcafé. Das Café Müller. Und jetzt dokumentiere ich die Tätigkeit, mit der man in dieser Stadt am Ende die meiste Zeit zubringt. Rumlatschen. Als nächstes werde ich Cookies zulassen. Und hier live eine Komposition von Brigitta. Das ist jetzt dein Selfie. Wie ist dein Name? Florian. Florian. Und meine Performance. So und hier noch ein weiteres Selfie mit einigen meiner Fans. Ein weiteres Selfie mit einem Kunstkenner. Wie ist dein Name? Walter. Walter. Dankeschön. Okay, und hier ist ein ganzer Fanclub. Schreit mal alle Hurra! Also, jetzt sind die Künstler eingetroffen in der Galerie. Ja, das ist ein Selfie. Du bist hier. Hier. Und hier ist ich. Heute sind wir im Freiraum.